Ey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Bowser. Ey, ich mache hier die Anmoderation, nicht du. Leute, was passiert hier? Hi, da wollte einfach der Bowser die Anmoderation machen. Aber das Ding ist halt, das ist mein Kanal und ich mache hier die Anmoderation. Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe live auf Twitch bei Sonic Heroes die Sonic Story gezockt. Und ich selber habe noch die Gamecube Version gezockt. Und das Ding ist, Sonic Heroes war ein Spiel meiner Kindheit. Und ich habe Sonic Heroes damals als Kind sehr gerne gezockt. Und ich dachte mir dann irgendwann mal, hey, zock doch mal wieder Sonic Heroes. Und das habe ich dann halt getan. Und das Ding ist halt, bei den ersten Leveln vom Spiel hatte ich größtenteils Spaß, das Spiel zu spielen. Aber mit der Zeit wurde das Spiel irgendwann so schwer, dass ich halt voll oft gestorben bin. Und ich möchte euch zum Anfang des Videos ein paar Momente zeigen, wo ich halt das Spiel gelobt habe. So nice, das andere ist so nice. Oh oh, was passiert hier? Was passiert hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott, das war eine coole Passage. Oh mein Gott, wie das aussieht! Wie das aussieht! Wie das aussieht! Das sah voll nice aus! Okay, das sieht schön aus. Der Soundtrack ist echt voll schön. Ist voll entspannt, dieser Soundtrack. Das hat sich voll cool gemacht. Hey, das sieht voll cool aus hier. Hey, das ist süß! Who never think this thing could float in the air. Das ist ja voll cool gemacht. Ja, das sieht voll cool aus hier. Oha. Wie das aussieht hier. Oha. Wie das aussieht hier. Nice, man. Ich glaube, ihr habt dadurch gesehen, es gab Momente, wo ich halt das Spiel gelobt habe. Und ich finde auch einige Dinge bei Sonic Heroes gut gemacht. Das Ding ist aber, gegen Ende des Spiels wurde ich richtig salzig. Und es kam dann auch öfters dazu, dass ich halt auch gefehlt habe und auch gerne mal ein bisschen ausgelastet bin. Und ich möchte euch ein paar Momente zeigen, wo ich halt gefehlt habe bei Sonic Heroes. Bin ich jetzt ernsthaft so gestorben? WTF? Was? WTF? WTF? F**k! Jetzt sagts wie du Xanerkeck ohne Witz, man. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ready? Yeah! Ready! What a wild ride! Nooo! Eggman! There's that black frog again! Will mich das Spiel verarschen, ey? Manchmal funktionieren einfach Dinge nicht so, wie es vom Spiel angesehen ist. Da, was ist das? Wieso machst du jetzt das hier? Wieso machst du das jetzt hier? Sind wir im Geräteturnen gerade in der Schule, oder was? Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier, Alter? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Okay. Ich finde Gremolo gegangen. Uff, bitte überlebe es, bitte überlebe es. Ja man, ich hab's überlebt. Ich glaube, ihr habt es gut gesehen, dass es bei mir ein paar Momente gab, wo ich halt salzig unterwegs war. Und ja Leute, irgendwann kam es dann dazu, dass ich dann gegen den Endboss von der Sonic Story antreten musste. Und wie ich mich gegen den Boss angestellt habe, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Okay, wir sind jetzt beim finalen Bossfight angelangt, soweit ich weiß. Uff, 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 uff. Ihr war fast gestorben. Ihr war fast gestorben! Die Brachtlinge, Brachtlinge, Brachtlinge. Ich zeige euch, was der Ebel ist. Das ist es, Leute. Nicht nachdenken nichts. Okay. Keine Worte. Ich zeige euch, was der Ebel ist. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nooo. Bitte. Habe ich es geschafft? Wir haben es geschafft. Wir sind in deraskunten. Wir haben es geschafft. Wir sind in der nächsten Runde.